willkommen zurück zu let's play minecraft agrarian skies wieso liegen hier itemlucks rum was soll das so jetzt schmeißen erstmal hier einen schwung der sachen die wir hier so mit uns rumschleppen ins me system weil wir die gar nicht unbedingt alle brauchen was wir hier so rumflattern haben das hätte ich gerne ernie können wir da lassen bilderswort ist nicht schlecht ist auch nicht schlecht und fackeln sind nicht schlecht hier war vorhin mal ein mob ein böser böser mob einmal kurz hier einsammeln guten tag so wie sieht es hier so aus wenn ich mal nicht da bin um aufzupassen geht das nicht funktioniert das nicht ich muss hier erst stehen dass das hier funktioniert ja kaum stehe ich hier ja schon klar das ist hier noch nicht ideal muss ich jetzt mal sagen erst wenn ich hier stehe funktioniert das wirklich das ist das ist nicht gut das ist nicht gut das sind wir kurz gucken vor hier wir haben bei 49 prozent und das tut sich was weil ich hier gerade die kühe durchflattern aber dass ich hier stehen muss dafür das ist einfach nicht ideal deshalb überlege ich mir noch mal so ein ding zu bauen mit einem etwas verbesserten etwas verbesserten system das geht aber gar nicht was da los was geht hier ab das geht ja mal gar nicht hier verpiss dich stirb elender so also soll ich mir noch mal so ein system bauen wie hier wäre eigentlich nicht schlecht wenn ich hier noch mal so so jetzt auf einmal funktioniert das hier wieder schwein tot schwein tot nix gut totes schwein und nix guto nix guto grande weißt du ja das mit den kühen hier ist jetzt nicht ideal ne sind wieder ein paar kühe drin aber ich muss hier stehen um das funktionieren zu lassen und das gefällt mir nicht weil die kühe hier irgendwie nicht sonst nicht wollen ne das ist nicht ideal so wie das jetzt ist aber wenigstens hier das mit der milch funktioniert das ist schon mal gar nicht so schlecht schwein tot ja fliegt mal in die richtung das ist gut gut jetzt lassen wir es erstmal laufen kein bock mich darum zu kümmern meh so äh ich wollte landen gut quest poko 50 prozent bei der milch ja immerhin jetzt können wir mal bei for the hoarding gucken ist 98 prozent bei den viechern hier es soll ja wohl nicht mehr so lange dauern ich könnte mal nachhelfen bei denen ich helfe jetzt echt mal nach bei den schafen einfach mal so ein bisschen schafe brauchen schier 003 gehe wir hin und schauen wir ein paar schafe larger das sch Schafe geschoren werden mögen die Schafe geschoren werden verrückte schafe überall veröffentlichte schafe tralala so ich jetzt hier die quest mal abgebe und die quest mal hier so wenn ihr es mit 99 prozent okay fehlen noch 40 noch 40 mal dann haben wir es schaft 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 scheren 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 schaft 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 so hallo schaft danke schaft 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 gott sei dank okay reward back claim glücklich eine quest weniger okay die hat jetzt irgendwo eine quest anlockt vielleicht in the end nein breaking rights aber hier was neues auch nicht wo hat die jetzt die quest anlockt sehe ich jetzt nicht keine neue quest okay da würde ich sagen goodbye schaft schaft weil mir die ich brauche nicht mehr so viele schafe wir brauchen nicht mehr so viele schafe deshalb entschaffen wir uns jetzt und werden die schaft 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 scha Alles nur, um hier bessere, ähm, ja, um eine bessere FPS-Zahl hinzukriegen hier. Denn ich brauche es ehrlich gesagt nicht mehr. Wofür brauche ich noch so viele Schafe? Ich habe, jetzt können wir mal gucken, wie viel Wolle ich denn jetzt momentan habe. Äh, upsie. Hi. So. Hi. Was? Was? Baby Zombie. Hi. Stirbt Baby Zombie. Wo kommen die her? F7. Wo kann hier denn ein scheiß Spawn? Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Wo können hier die blöden Zombies spawnen? Ich muss mal kurz testen, ob ich im richtigen Ding bin. Ich bin im richtigen Ding, okay. Also hier irgendwo können verdammte Zombies spawnen. Gut da, das wissen wir ja, aber... Wo kam der jetzt her? Der Schweinepriester. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Dammit. Gut. Hm. Was machen wir jetzt? Ich wollte jetzt eigentlich gucken, wie viel Wolle ich unter einem E-System habe. 2.000 weiße Wolle. Ich brauche die Schafe nicht mehr. Es tut mir so leid, wer hat die Schafe, aber ihr seid jetzt erstmal nicht mehr benötigt. Es tut mir so leid. Es war so schön mit euch. Ihr habt mir einen treuen Dienst getan, aber... Ihr macht mir hier meine FPS kaputt, dementsprechend... lalalalalalalalalalalalalalalalalala scharf 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 so da sind noch zwei und dann wurde es erst mal mit den schafen so schafe sind weg wir können den kleinen radachi abbauen das ist sowieso schon lange weil wir das nicht mehr brauchen gut dann bauen wir hier mal ab boing und boing den können muss ich alles abbauen hast du mal okay so nummer eins ausleuchten hier ich brauche erde vielleicht noch dirt dabei muss sowas zeug jetzt im system werfen lalala plötzlich brauche ich keine schafe mehr drei neue herzchen die muss gleich mal aufmachen oh structural update minilium und block auf minilium die brauchen wir nicht mehr wir können jetzt mal die reward bags aufmachen boing ein buch ein buch wow unbreaking 3 ich bin begeistert nochmal das epic reward bag das ist doch mal nicht schlecht das ist doch mal nicht schlecht so ein paar me buses das ist doch das ist doch schön so jetzt wollte ich erde holen richtig wo haben wir denn da haben wir 61k da haben wir ja schon mal einen zehntel von dem was wir brauchen oh gott ok also hier hi brems 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 da gucken wir rein nehmen das mit und bauen das ding ab so bauen wir auch ab gut da wollen wir hier nochmal jems jems komm sie zu dass du das zeug wegkriegst ach ja das ist ja nur ein vacuum hopper das ist ja nur ein äh das so sammeln wir hier mal helfen wir mal mit so das ding kann weg äh das machbar hinbekommen helfen wir mal mit hier so geht es hier ja nicht so wir haben hier noch jede menge XP drin brauchen wir momentan aber nicht so dann machen wir hier dicht das war zu viel und den machen wir weg so dalle hi baum ok jetzt haben wir hier jede menge sachen und da jede menge sache und überall jede menge sachen so so haben wir das jetzt bringen wir nochmal wieder zeug weg zum es ist ja ich weiß echt nicht ob ich hier noch so das alles brauche hier äh ob wir da nicht so langsam aber sicher mal zum ende kommen können mit der ganzen geschichte das fliegt alles mal da rein genauso wie das hier da ist auch nur ein basic drin man was soll denn das so for the hoarding was fehlt denn hier jetzt noch dirt collection haben immer noch zu wenig können wir eigentlich mal wieder nachhelfen und ich verhungere mal wieder und mein jetpack ist leer und mäh mama so ungefähr so ungefähr ja also flattern wir hier mal hoch oh baum weg flattern hier runter und schauen mal kurz dna jawoll runter also erstmal jetpack aufladen so einmal das jetpack aufladen und dann mal gucken wie wir dann weitermachen so schwupp schwupp wie steht es eigentlich mit da wollte ich nicht hin da wollte ich jetzt nicht hin na 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 äh wie steht es hier so in sachen füllungsgrad da ist schon ziemlich voll hier ist noch platz ich wollte jetzt noch ein paar mehr storages bauen richtig richtig ok hier haben wir gerade tatsächlich mal ein bisschen enderpearls enderpearl stuff ok wie viel haben wir jetzt da inzwischen noch die 23 prozent na also es läuft doch wie sieht es hier aus ich musste aber wieder den fuel diszipieren äh hier den waste mal rausklauen der hier noch rumwasted äh hier 24 ihr schweine ihr so 13 wie sieht es hier so aus das sieht alles schön aus muss ich sagen da haben wir 9 drin in unserem reakteure reakteure grandel so hier ist wahrscheinlich jo da ist wieder voll da sind wir wieder voll dabei 2 schwupp ähm hier was ist hier so phase sieht alles gut aus ihr kriegt nachschub ja sieht gut aus eindeutig so hier gehen wir hin hier haben wir wieder mal das schlechteste ping aller zeiten hallo weg damit hier haben wir noch einen dicken reaktor stehen raus und hier noch raus und dann haben wir noch den kleinen radarsche kann ich auch mal abbauen den brauchen wir nicht mehr joppdi ok ähm ja wir das hier kann weg das brauchen wir nicht mehr komm mal her äh wir cutten hier mal kurz die zufuhr erstmal machen wir das Feuer aus Feuer aus Feuer aus Feuer aus Feuer aus so dann machen wir hier Lava Gesumse weg dann können die sich hier nämlich austoben die Säcke äh also die können sie jetzt erstmal leer toben mit ihrer Lava ja da geht schon ein bisschen Lava weg also ja können wir mal so so nutzen äh das geht dahin ich könnte ja mal aus Jux und Dollerei sagen hey machen wir da mal kurz einen Cut ah shit wollte ich jetzt nicht eingesammelt habe ich gott sei dank äh das wollte ich nicht so wenn dann wollte ich den da weg haben jetzt fall doch nicht weg so ok jetzt tut sich da was ich lasse es einfach so stehen mein gott ist doch nicht die Welt so hier haben wir ziemlich viel Lava da würde ich mir gerne einen Igneos Extruder hinstellen der mir Obsidian baut also quasi gleiches Setup vielleicht in die andere Richtung und da Obsidian ok ich brauche einen Igneos Extruder äh Igneos Extruder hi äh jippa die die den stellen wir einfach hier hin dann brauchen wir wieder die die Geschichten hier so rams 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 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 so wir machen oben einmal einen Eingang raus aaa das brauchen wir noch irgendwie einen Eingang von unten vielleicht weil ich tin sonst nichts rankommen Novok jetzt muss ich wieder Feuer machen ich vergaß äh, Feuer, 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 äh, Feuer, äh, Flint and Steel, so, hallo, hallo, so, Feuer ist gemacht, wir haben jetzt nur noch kein Wasser, hier soll bitte Obsidian hergestellt werden, Wasser brauchen wir noch, das kriegen wir zum Beispiel, hatte ich hier nicht irgendwo eine Wasserproduktion, hier haben wir das Ding, der ursprünglich für den Glacial hier, der macht der immer noch, der kommt, das reicht glaube ich mal, ne, glaube ich, oder machen wir das mal aus, wie viel Eis und Dings haben wir jetzt, ich glaube ich habe genug Eis für mein ganzes Leben, Eis, ja, und, Snow, auch dicke genug, okay, dann machen wir hier mal Stopp, Stopp-Käte, das ändern wir mal in die andere Richtung, dann gehen wir nochmal Richtung meinem Igneus X Truda, da muss man nur mal da hinten hin, äh, ein paar Fluiducts brauchen wir da noch, ähm, wo ist er denn, der Igneus X Truda, der steht hier, ist ja schon eine Entfernung, macht aber nix, äh, einmal hier runter, und da das Wasser hinbringen, also, jipp, wo sind meine, ich brauche nochmal ein paar, ich brauche im Importbus und ME-Kabel, ME-Kabel, so, hi, also, äh, Importbus und ME-Kabel nehmen wir hier, jetzt muss ich nur noch sagen, also, da an der Seite soll dann Ausgang sein, unten soll noch ein Eingang sein, hier brauchen wir erstmal das ME-Kabel dann und das andere Tisch, so, ME-Kabel ist sogar in der Nähe, das ist immer schön, wenn sie bitte, wenn sie da, wenn sie da, äh, ja, kooperativ sind, wollte ich sagen, allerdings könnte das, was, 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 ne, nein, nein, jetpack, 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 fuck, 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 wie ist mein Jetpack da reingekommen? Ach, nö Wie habe ich es denn geschafft, mein Jetpack da reinzulegen Fuck Och, nö Was habe ich denn hier jetzt noch? Eine Diamond Pickaxe Inva-X Ach, scheiße Also, ich brauche jetzt erstmal wieder ein Crescent Hammer Crescent Hammer Oh, nein, nicht die Flux-Infused-X Och, nö Flux In Flux Infused-X Ja, Flux Flux-Elektrum-Blend Ha, 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 ha Elektrum-Blend Oh, nö Gut, dann auf zum Manilium-Schmelze Mit neuen Werkzeuge bauen Fuck Ich brauche wieder ein großes Jetpack Oh, nö Ähm 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 Warte mal C F So Ach, Scheibenkleister Scheibenkleister Geist der So eine Rotz Komm Mach voll Jetzt hab ich übrigens das kleine Jetpack noch Okay Jetzt haben wir erst wieder was zu tun Nehme ich neue Sachen Wieso ist das hier so anders? Wo ist der Geier? So, haben wir hier noch Manilium drin Haben wir Acht Ingots Das Zeug haben wir auch Ähm What? Okay Ähm Jetzt sogar noch mal Also Pickaxe Head brauchen wir einmal Axe Head Shovel Head Ähm White Guy Sword Blade White Guard Ich glaube schon So Also alles der Reihe nach Bam, 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 bam Ich brauche glaube ich echt noch mehr Mehr Menilium Menilium Habe ich das noch Oh, habe ich das reingelegt? Ich hoffe es Alter Äh Menilium Haben wir reingelegt Gott sei Dank Ähm Ja Gut Kann ich eigentlich den Block auch einschmelzen Funktioniert das? Nicht wirklich Ähm Machen wir es so Also Wupp Hat das beraten Ich habe keine Lava mehr Doch Lava ist da Gut Okay Wird geschmolzen Sehr gut Fangen wir mal an Hier Also als erstes Kollegah Kollegah 2 Ähm Kollegah 3 Und ich brauche nicht mehr Wo ist jetzt mein Ex? Ah, der ist unten hingewandert, ne? So Ist auch unten hingewandert Aber das kann weg Das kann weg Den lieber mit Sword Blade White Guard Und das haben wir auch schon Gut Dann das da rein Den mitnehmen Und weinen Weinen wollen wir Weinen wollen wir Ah Leck mich doch am Arsch Ja Mit Nulium Der alte Rotz So Rein damit Neue Werkzeuge bauen Bei den Oh Mann So Ich brauche Sticks So Und ich brauche nochmal Hier Wie heißt das Ding Oh Gott Ich wollte mir ein Patterns hin getan Oh Gott Ähm Ne das wollte ich nicht Pattern Ich brauche hier nochmal Hä? Da Tool Binding Äh Eine Ein Holzblock Scheibenkleister Scheibenkleister Warum Bin ich nur runtergefallen So Wollen wir uns nochmal das bauen Das ist das falsche Wo brauche ich denn White Guard Brauche ich das hier? Tatsächlich Warum Nehmen wir auch warum Dann die Schaufel Heißt auch warum Und die Axt Da Könnte man hier auch mal Ne Madhog bauen Könnte man aber machen So Also Weg und weg Jetzt haben wir wieder ein paar Tools Ich brauche noch ein Bilderswand Die habe ich mir auch dabei Bilderswand Äh Komm her Ja Alles der Bedingung Klar So Bilderswand Hi Haben wir das Jetzt muss ich nochmal gucken Jetpack Ich glaube das machen wir aber In der nächsten Folge Von Let's Play Minecraft Green Skies Hat mich gefreut Dass ihr eingeschaltet habt Würde mich noch mehr Von der nächste Folge Wieder einschaltet Bis dahin Ciao